Hallo zusammen, neues Video für euch und heute schauen wir uns mal an ein paar Quick-Tipps zum Thema Photoshop. Ich hatte schon ein Video Quick-Tipps zum Thema Lightroom, heute Photoshop und es soll Quick sein, also schauen wir in Photoshop rein. So, hier sind wir jetzt in Photoshop. Wie gesagt, ein paar Quick-Tipps. Ich habe verschiedene Bilder vorbereitet, die Bilder, die ich als Doc-Images habe, da findet ihr wie immer die Beschreibung unten in der Videobeschreibung, äh, den Link in der Videobeschreibung. So, jetzt. Und wir fangen einfach mal mit dem ersten Tipp an. Der erste Tipp ist einfach, wie wir Sachen aus Bildern entfernen können. Wissen wir ja, gibt es ja ganz viele Varianten mit Kopierstempel etc. Und seit neuestem auch mit dem Entfernen-Werkzeug. So, wir haben mal das sonst immer so verwendet, wir haben da so mal drüber gemalt und dann wurde das Ganze entfernt. Oder wir wollten nur einen Teil davon machen, dann haben wir das so ausgemalt und dann entfernt. Fertig. Aber mit dem Entfernen-Werkzeug ist es sogar noch einfacher, störende Elemente zu entfernen, denn wir brauchen sie nur noch zu umranden. Wir müssen sie gar nicht mehr komplett ausmalen. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel hier einmal komplett drum rummalen, um dieses Katamaran, Katamaran-Bot, wie auch immer, ähm, inklusive dem Schatten. Sobald ich das umrandet habe und die Maus loslasse, wird Photoshop das Ganze selbst füllen. Kann ich auch hier bei der Wolke nochmal machen. Ich umrande es, ich halte immer noch die Maus gedrückt. Jetzt lasse ich die Maus los. Das Ganze ist gefüllt und alles wird entfernt. Also, Entfernen, mittlerweile viel, viel einfacher. So, Tipp Nummer 2. Und das Ganze nenne ich einfach mal die einzelne Deckkraft. Was meine ich damit? Nehmen wir mal, wir wollen hier aus diesem Bild was entfernen. Zum Beispiel hier so die Augen falten. Das wäre natürlich total unnatürlich, das komplett zu entfernen. Aber wir machen es jetzt für das Beispiel trotzdem. Also, wir nehmen jetzt hier den Reparaturpinsel. Ich nehme irgendwo auf und sage, ich male jetzt hier mal gar nicht sauber. Aber jetzt habe ich das Ganze entfernt. Jetzt will ich das aber gar nicht komplett entfernt haben. Ich will es ja vielleicht nur abschwächen. Dann war das jetzt die einzige Möglichkeit zu sagen, entweder mit der Deckkraft runter zu gehen. Das wäre aber für die gesamte Ebene. Oder eine Maske drauf zu machen. Schwarzer Pinsel. Hier dann mit 10%iger Deckkraft den Effekt langsam wieder rausmalen, bis es auf dem gewünschten Ergebnis ist, was ich haben will. Ist natürlich aufwendig und man braucht halt, jetzt gerade mit der Maske braucht man die doppelte Genauigkeit, den einmal zum Entfernen und einmal, um das Ganze zu maskieren. Das Ganze geht auch anders. Wir holen uns nochmal eine frische neue Ebene. Wir nehmen uns wieder den Reparaturpinsel. Wir entfernen das Ganze wieder. Auch hier jetzt nicht sauber. Und was wir als direkt machen, ist, wir gehen unter Bearbeiten, Verblassen. Und da steht nämlich auch die letzte Tätigkeit, die wir gemacht haben. Und da seht ihr auch schon direkt die Limitierung dieses Tipps. Das, was ich euch jetzt zeige, funktioniert nur für die letzte Bearbeitung. Für den letzten einzelnen Schritt. Also, Reparaturpinsel, Verblassen, bringen wir drauf und dann kriegen wir hier ein neues Dialogfenster, was uns sagt, Deckkraft 100%. Genau, und das bezieht sich nämlich jetzt nur auf diesen einen Bearbeitungsschritt. Wenn ich jetzt hier sage, ich gehe auf 50% runter, dann ist nur, ist 50% reduziert, nur dieser eine Schritt. Machen wir mal die Probe auf das Exempel. Wir haben ja jetzt hier auf dieser Ebene schon hier was entfernt. Wir sagen, wir entfernen jetzt auch ganz grob und es wird mit Sicherheit total dämlich aussehen. Auf der anderen Seite, wenn ich mir der Deckkraft runtergehen würde, würde ich jetzt die komplette Ebene runtersetzen. Das heißt, es kämen beide Seiten wieder. Wenn ich jetzt aber hier unter Verblassen Reparaturpinsel, wird es nur der letzte Schritt, den ich gemacht habe. Sprich, es kommt nur auf der rechten Seite. Auf der linken Seite bleibt es ganz normal. Aber so kann ich wirklich einzelne Schritte nochmal abschwächen. Wirklich nur ein einzelner Schritt. Wofür ist das sinnvoll? Gerade eben hier für solche. Falten unter den Augen, die man normalerweise nie ganz weg haben will. Falten an der Stirn. Auch die, die man in der Regel nicht komplett weg haben. Oder generell einfach hier auch so eine Lachfalte. Das will man gar nicht weg haben komplett. Aber es ist natürlich einfach erstmal mit einem Reparaturpinsel oder mit einem anderen Kopierstempel oder ähnliches das Ganze komplett zu entfernen. Und dann mit dem Verblassen, mit der Deckkraft es leicht wiederzuholen. Achtung, eine Limitierung gibt es dabei. Wir nehmen nämlich jetzt mal das neue Entfernenwerkzeug. Und wenn ich damit etwas wegmache und gehe unter Bearbeiten, dann ist dieser Verblassen Befehl ausgegraut. Also das Ganze funktioniert nicht mit dem Remove Tool oder Entfernenwerkzeug, aber mit den ganzen klassischen Tools funktioniert das Ganze noch. Tipp Nummer 3 und das ist jetzt ein Tipp, der ist am häufigsten notwendig, wenn wir an Composings arbeiten. Also sprich, wenn wir in Bildern was hinzufügen und so weiter. Denn häufig haben wir dann das Problem, dass wenn wir hier irgendwann 30.000 Ebenen haben, dass wir gar nicht mehr wissen, auf welcher Ebene haben wir was gemacht. Denn natürlich kann man diese Ebenen benamsen, aber seid mal ehrlich mit euch selbst. Macht ihr das immer? Oder habt ihr trotzdem öfters mal eine Ebene 1, 2, 3, 4 bei euch im Projekt? So, und jetzt ist die Frage immer, was habe ich denn wo gemacht? Und manchmal sieht man das auch nicht direkt, wenn man einfach dann eine Ebene an- und ausschaltet. Ich meine, jetzt hier auf dieser Ebene, das ist die Ebene aus Tipp Nummer 2, da ist jetzt hier diese Falte unterm Auge weg. Wenn ich jetzt aber nicht mehr weiß, wo es ist, dann suche ich erstmal Ewigkeiten, wo habe ich denn was gemacht. So, und da gibt es eine ganz leichte Möglichkeit zu finden, auf was sich eine Ebene so bezieht. Und zwar, wenn ihr die Alt-Taste gedrückt haltet und auf diese Fläche neben der Ebene klickt, dann wird Photoshop genau an diese Stelle zoomen, wo auf dieser Ebene was zu finden ist. Und das ist jetzt eben hier nur unter dem Auge. Wenn ich die nämlich jetzt wieder anschalte, oder ausschalte in diesem Fall, dann sehe ich nämlich wieder diese Augenfalte und weiß, ah, okay, hier war das. Wenn so eine Ebene jetzt an mehreren Stellen ist, also wir entfernen jetzt einfach mal noch hier die andere Seite, und ich weiß wieder nicht, wo es ist, halte ich die Alt-Taste gedrückt, klicke hier, und dann sehe ich, habe ich jetzt beide Augen mit zu sehen, weil diese Ebene 1 sowohl hier als auch hier Auswirkungen hat. So, und so könnt ihr relativ gut finden, welche Ebene macht denn was genau. Natürlich könnt ihr auch noch mit der Alt-Taste auf das Auge klicken, dann seht ihr nur das, was diese Ebene macht, alles andere ist ausgeblendet, oder eben der Alt-Taste auf die leere Fläche, dann wird dahin geszoomt. Apropos Zoom, kleiner Bonus-Tipp hier direkt. Ihr habt eben gesehen, dass ich auch einmal rausgesoomt bin, ohne jetzt irgendwie mit dem Mausrad oder so zu zoomen. Da wäre einfach die Tastenkombination STRG und 0, denn dann zoomt ihr so weit raus, dass das gesamte Bild in Photoshop Platz hat. So, Tipp Nummer 4, und das ist ein Tipp, den gab es schon mal in einem meiner allerersten Videos, aber da auch nur irgendwie so halb versteckt. Nein, ich glaube, ich habe es irgendwann auch nochmal ein separates Video gemacht. Das ist der Nachteil, wenn man irgendwie 200 Videos knapp hat, man verliert ein wenig den Überblick. Also entschuldigt, wenn ihr den Tipp schon kennt, für all diejenigen, die neu dazugekommen sind, einfach mal ein neuer Tipp für euch, den ihr hoffentlich noch nicht kennt. Und zwar geht es darum, wenn wir eine Beauty-Retusche machen, dann wollen wir natürlich sehr, sehr oft zuallererst erst mal so kleine Hautunreinheiten, Pickelchen und so. So, und in der Regel gehen wir, zoomen wir dann ran und gucken, wo ist denn was. Okay, wir sehen hier ein Muttermal, da sehen wir so Pickelchen, so leichter an der Stirn noch. Wir sehen hier so ein paar Hautunreinheiten auf der Nase und so weiter. So, jetzt sieht man das aber nicht immer. Also gerade hier in dem Bereich auf der Wange, weiß ich nicht, ob ihr das im Video gerade seht. Wie kriegen wir das aber trotzdem sichtbar, damit wir wissen, was wir entfernen müssen? Ganz einfach, wir holen uns eine Einstellungsebene, schwarz-weiß. Wir wollen aber das Bild gar nicht in schwarz-weiß. Wir wollen, dass immer noch das Bild so da ist, wie es vorher war, sprich, dass ich meine Farbe habe. Wir wollen nur gleich mit der Helligkeit spielen. Also setzen wir diese schwarz-weiß Ebene einfach mal in den Mischmodus Luminanz. Und wenn ich jetzt diese Ebene an- und ausschalte, hat sich schon ein kleines bisschen was getan. Aber die Farben sind noch da. Und genau das wollen wir. Wir wollen, dass wir mit den Farben, dass wir die Helligkeit verändern können, ohne dass das Bild schwarz-weiß ist. Weil wir wollen ja immer noch zum Beispiel sehen, nachher den Unterschied zwischen einem Pickel und einem Muttermahl zum Beispiel. So, also jetzt haben wir diese Ebene. Und was wir jetzt einfach machen, ist, wir ziehen bei unseren Porträts den Rotkanal relativ weit runter. Denn in der Haut findet sich viel Rot. So, und wenn wir das so runterziehen, sehen wir, dass die Flecken immer deutlicher zu sehen werden. So, also gerade an der Stirn sehen wir jetzt viel mehr, als wenn wir es jetzt so uns angucken. So wird das Ganze viel mehr betont. Wir können versuchen, mit dem Gelbregler ein bisschen gegenzusteuern, weil auch Gelb natürlich immer in der Haut ist. Wir können auch den Gelb natürlich runterziehen. Also mit diesen zwei Reglern, Rot und Gelb, findet ihr leichter die Pickel. Jetzt wird das an manchen Stellen schon zu dunkel. Gerade hier unten zum Beispiel am Hals oder ähnlich. Da könnt ihr dann einfach sagen, ihr setzt noch eine Gradationskurve oben drauf, zieht die einfach hoch. Das Ganze sieht jetzt ziemlich schlimm aus, um Gottes Willen. So wollen wir mit Sicherheit kein Porträt haben. Aber was wir jetzt richtig gut sehen, ist, all die Hautunreinheiten, Sommersprossen, Pickelchen, all das finden wir jetzt. Und jetzt können wir nämlich einfach sagen, wichtig ist jetzt, wenn wir das entfernen wollen, unterhalb dieser beiden Ebenen, nehmen wir unsere Ebene, auf der wir das Ganze entfernen möchten. Dann nehmen wir das Werkzeug unserer Wahl und sagen jetzt einfach das weg, das weg, das weg, das weg und so weiter. Jetzt könnten wir alles entfernen, was wir wollen. Okay, das sieht ein bisschen doof aus, aber ihr wisst, was ich meine. Jetzt könnten wir wirklich sagen, wir entfernen Sachen. Und sobald wir damit fertig sind, schalten wir einfach diese zwei Ebenen aus, haben das Originalbild wieder, inklusive den entfernten Hautbereichen. Also Pickelscreening oder Hautunreinheiten-Screening, einfach eine Schwarz-Weiß-Ebene in den Modus Luminanz, Rot- und Gelbregler, vornehmlich der Rotregler, aber mit dem Gelbregler auch ein wenig nach unten ziehen. Wenn das Bild zu dunkel wird, dadurch eine Gradationskurve obendrauf, mit der wir das Ganze heller machen. Und dann können wir wunderbar alles entfernen und sehen es auch, was wir entfernen wollen. So, das waren vier Tipps für die tägliche Arbeit in Photoshop. Ich hoffe, da war der eine oder andere Tipp dabei, den ihr noch nicht kanntet. Lasst es mich gerne mal unten in den Kommentaren wissen, wie viele von diesen vieren kanntet ihr schon. Ich hoffe nicht, dass ihr vier schreibt, obwohl, wenn ihr dann trotzdem drunter schreibt, habt das Video bis zum Ende geguckt. Also auch darüber freue ich mich. Zudem freue ich mich über einen Daumen nach oben, ein Abonnement auf dem Kanal freue ich mich natürlich auch immer. Und ich würde sagen, wir hören und sehen uns im nächsten Video. Ciao. 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 Ciao.